Und warum kannst du uns da durch den Boden treffen? Doofes Ding. So, kaputt. So, gib mir einen Boss. Also ja, dazu müsste ich erstmal ein anderes Gebiet. Oh, ein Special. Was kriegen wir denn? Nein, Hedgehogs Girls. Mit den Münzen, die weggeschmissen werden. Ja, nee, das hätte nicht unbedingt sein müssen. So. Ouch. Den gleich weitermachen hier. Auch wenn das schön aussieht, so viel Goldmünzen zu sammeln. Und Lebenspunkte sind voll. So, Boss haben wir schon. Sachen können wir stehen lassen. Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn wir die Bosse wirklich besiegen wollen. Weil wenn wir auf dem Weg da einen Schaden nehmen, können wir uns einfach, wenn wir bei dem Bossraum sind, hierher zurück teleportieren und Hühnchen mampfen. Das heißt, wir wollen jetzt in die Hölle. Oder in den Wald. Was, wo man zuerst kommt. Oh. So. Ja, er wollte schon wieder denselben Trick machen, ne? Dober du was. So. Zack. Euch mag ich heute nicht. Normalerweise habe ich kein Problem mit euch Ritter, aber heute... Äh, heute mag ich euch nicht. Und euch mag ich nie. Also außer, ich kann euch one-hitten und kriege dadurch Lebenspunkte wieder. Oh. Das könnte aber auch der Sonic's Curse sein. Oder der Hedgehog's Curse oder was auch immer. Weil alle Münzen immer wieder eins sammeln. Ist doof. So. Jetzt sind wir, glaube ich, aber durch mit diesem Raum. Genau. Mann, 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 Mann. So, kein Schaden nehmen. Bist du ein Dumm warst? Nein. Dann kriegen wir es hier auch hin. Vampir-Rune für Helm. Das war die Rune, die ich immer haben wollte, obwohl ich sie nicht brauchte oder nicht benutzen sollte. Und jetzt haben wir sie schon mal. So, dich ignoriere ich, weil du einfach nur doof bist in letzter Zeit. Also der Ritter. Oh, ich will nicht wissen, wie das gleich beim Boss abgeht. Witz. Das wird überall rumliegen. Oh. Und jetzt muss ich auch in dem Raum hier bleiben, weil sonst verliere ich das ganze Gold. Das ist alle direkt an Arbeit aus, mein eigenes Gold aufzuheben. So. Und du bist tot. So, wo ist das eine Auge jetzt noch? Hier. So. So. Da ist noch ein bisschen was und da ist noch ein Dumm was. Kein. Äh, hier geht es gar nicht weiter. Okay, das ignorieren wir jetzt einfach den Rest. Oh. So, Lebenspunkte sind fast voll. Das ist gut. Da unten ist eine Trugel. Oh. Oh. Zombie-Schnu-Stirben. Oh ja. Lebenspunkte voll. Gold 8000 ist okay. Wir müssen echt nur noch den Boss finden. Also den Wald. Oder die Hölle. Und dann den Boss. Aber ich glaube hier. Ja. Hier ist gleich der Wald. Also merken, wir haben noch einen so einen Raum, wo Statuen sind. Oder auf jeden Fall die hinten drin sind. Oh. Das ist immer wieder meinst du es da. Oh. Drei Treffer für so einen Schädel. Das ist doch nicht albern. So. Oh. Oh. Wenn nicht hier. Wo dann? Beim Boss wahrscheinlich. Aber ja. Nein. Könnt ihr bitte alle sterben? Doberstaffeln. Ah. 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 So. Ich bin nur aus diesem Raum raus. Danke. Oh. Ching. 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 Oh. Auge. Auge. Komm. Gib mir den Bossraum. Gib mir den Bossraum. Gib mir den Bossraum. Schnee. So. Mana könnte ich irgendwie nicht gebrauchen. Also für den Bosskampf. Der Rest sieht okay aus. Genau. So ein Manaflasch. Kommt das auch noch mit? So. Kommt. Bossraum. 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 Kommt. Alle die M-siegen. Und wir kommen hier an die Gegner dran. Husch. Husch. Oh. 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 Na komm her. So. Dann halt so. 13.000. Ich bin doch nur zum Boss. Ihr seid mir doch alle Wayne. Oh. Au. Sie rutschen sogar runter die Goldmünzen. Auch nicht schlecht. Au. Sterbt doch einfach alle. So. Drei Schläge von Magier. Der Boss wird ultra lange dauern. Hm. Klinge. 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 Ähm. Was macht mehr Sinn bei dem Boss? Die Chakras oder die Klinge? Ich glaube die Chakrams. Oh. So. So. Kaputt. Oh. Oh. So. Ihr müsstet einfach mal weg. Danke. Mana sieht okay aus. 17.000 Gold sieht auch okay aus. Lebensmuster sieht okay aus. Alles sieht okay aus. Also nach links. Nicht von euch treffen lassen. Ihr runter. Oh. Das war Glück. Nicht mehr. Nicht weniger. Das war einfach nur Glück. Alles einsacken. Und hoffen, dass hier... Äh... Doch so ein Hähnchen könnte ich echt noch gebrauchen. Oh. Die Typen ignoere ich mal. Die schubsen mich sonst bestimmt irgendwo irgendwie gestacheln. Das will ich nicht. Äh. Komm geht weg von meinem Runtergang. Okay. Dann müsst ihr halt sterben. So. 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 Da bin ich schmerzfrei. Zing. 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 So. Habt ihr nun davon. Also Bossraum? Nein. Jetzt werden wir ein paar Mal getroffen haben. Aber ist okay. So. Aufräumen. Alles einsacken. So. Kaputt. Kaputt. Na komm kurz her. Bin nicht hinter euch und bringe euch beide gleichzeitig um. Kaputt. Kaputt. Oh. Warum hältst du zwei aus? Ja. Halten jetzt zwei aus. Geht's überhaupt weiter? Nö. Das heißt ich kämpfe in diesem Raum eigentlich vollkommen sinnloser Weise. Da ich ja eigentlich nur zum Boss wollte. Na gut. Das sind Lebenspunkte. Die sehen gerade nicht ganz so prickelnd aus. Und Gold ist auch nicht unbedingt so schlecht zu haben. Na komm. Eins. Eins. Zwei. 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 Kannst du mir später nicht nerven. So. Was haben wir hier noch? Nur Sachen zum Geput machen. Okay. Also liebe Karte sagt mir, wo der Boss sich versteckt. Es geht nur noch links weiter. Also hier. Einmal durch. Wow. Ja ne. Wow. Und hier ist nur ne Sackgasse. In diesem Raum werde ich jetzt einmal mein Gold verlieren. Oder sehe viele Lebenspunkte. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Hedgehog's Curse echt nicht mag. Oh. Okay. Au. So. Ja, ja, ja. Ich muss noch den einen da umbringen. Den können wir einsammeln. So. Zing. 22.000. Nein. Ich will doch nur. Achso. Wenn ich fliege, kann ich ner Runden schlagen. Okay, ich muss erst mal fallen. Und dann. Ja, okay. Verstanden. Oh, wir müssen ganz schön weit zurück. Äh. Doch, müssen wir ner holen. Ich seh nicht, dass wir überall Stacheln sind, wo ich mich wieder verletzen könnte. Egal. Es sind nur einzelne Münzen. Die machen nicht viel Schaden. Schaden, was den Goldhaushalt angeht. Das ist sehr, sehr frustrierend. Oh ja, wie ich gerade gesagt habe, es ist nicht viel Gold, was man verliert. Auch wenn wir jetzt wieder auf 21.000 runter sind. Aber ich will doch nur den Boss töten. Warum macht ihr mir das so schwer? Und wieder runter. Und wieder. Okay, jetzt müsst ihr alle sterben. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin gleich tot. Wir waren quasi unsterblich. Nur wegen diesen dopen Hedgecurse Dingens. Mein Verlangen, die Sachen mal wieder aufzusammeln. Werden wir jetzt verenden. So. Da unten ist der Rest. Karte. Wir müssen runter. Ne, komm. Ich würde jetzt auf, das Zeug einzusammeln. Hier hab ich keinen Nerv mehr drauf. Es ist nur Gold. Gold können wir wieder bekommen. Oh, ich sollte einfach sterben. Habe ich es hinter mir. Kann ich ein ordentliches Leben anfangen, wo ich nicht verflucht bin. Wo ich da mit einem positiven Goldhauser hier rauskomme. Ähm. Gaaah. Spürt meinen Schmerz. Wir haben viel umgebracht, aber fast nichts dafür bekommen. Das ist nicht schön. Baban. Ne. Hokage. Nostalgisch. Äh. Ne. Also warte mal. Es kommt drauf an, welchen Boss wir machen. Wenn wir den im Wald machen, brauchen wir einen Hokage. Wenn wir den anderen machen, brauchen wir einen Bewahren. Ich nehme jetzt den Hokage. Und werde auf Gold verzichten. Was mir nicht leicht fällt, aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Das heißt, ich nehme jetzt mehr davon. So. Achso, und ich soll immer dranschmeißen. Ja, du. Ja, es tut mir weh. Ich weiß. Vor allem, weil wir dadurch beim Boss auch weniger Gold bekommen. Aber das können wir eingerinden. Ich will jetzt einen Boss umbringen. Danach ist mir erstmal alles wane für eine Weile. Wir können grinden. Wir können Gold sammeln. Wir können Ausrüstung sammeln. Dann ist mir total egal. Jetzt muss ein Boss sterben. Nicht du. Wir müssen in den Wald. Und da in den letzten Raum wahrscheinlich rein. Und da wartet Alexander von. Warum machst du mir jetzt schon... Zapp, zapp, zapp. So. Okay.